Liebe Zuschauer, es geht weiter mit Küche und Haushalt. Und ich möchte, dass Sie durch den heißen Sommer mit wenig Hausarbeit kommen. Das heißt, Sie brauchen ganz tolle Helfer im Haushalt, die richtig schnell den Haushalt erledigen. Und die habe ich jetzt mitgebracht, liebe Zuschauer. Natürlich muss man einen Haushalt machen, auch in den heißen Tagen. Auch wenn man vielleicht frei hat und eigentlich zu Hause ist. Ich mache das auch immer. Haushalt an den freien Tagen, das ist ein bisschen nervig. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn man dann frei hat, dann denkt man, so jetzt habe ich frei. Jetzt muss ich aber noch den Boden wischen oder saugen oder die Wäsche machen. Das ist ein bisschen anstrengend. Liebe Zuschauer, ich habe drei wahnsinnig tolle Geräte für Sie. Produkte, Artikel, die Ihnen den Haushalt sowas von schnell erleichtern. Und manche sogar ihren Haushalt komplett alleine regeln. Unser erster neuer Freund, möchte ich Ihnen nennen, liebe Zuschauer, ist ein kompakter Dampfwesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich kannte das noch überhaupt nicht. Ein Dampfwesen, das ist zum natürlich den Boden, egal was für Boden, glatte Boden, harte Boden, Teppichböden mal so richtig wieder zu reinigen. Wir haben hier nämlich einen Wassertank drin, liebe Zuschauer. Und innerhalb von 60 Sekunden heizt er sich auf, auf bis zu 100 Grad. Und dann geht es den Bakterien und dem richtigen Dreck an den Kragen. Denn wir arbeiten hier mit Temperatur. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie den Boden gewischt, sondern wir haben eben diese tolle Möglichkeit, richtig die Bakterien und den hartnäckigen Schmutz wegzubekommen. Das geht so einfach und der ist so toll in der Handhabung. Ich habe ihn gerade vor der Sendung ausprobiert und habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn. So einfach und so gelenkig sollte eigentlich jeder Besen sein. Aber hier haben wir ein Dampfwesen. Also einen ganz, ganz speziellen, tollen Besen, der richtig reinigt. Vielleicht haben Sie Enkelkinder, vielleicht haben Sie selber Kinder, vielleicht haben Sie Haustiere. Da ist der Boden ziemlich dreckig. Und gerade bei Kindern oder Enkeln, die vielleicht sogar noch krabbeln und auf dem Boden unterwegs sind, da sollte natürlich der Boden richtig gut gereinigt sein. Da sollte der bakterienfrei sein. Und auch der hartnäckige Schmutz, der vielleicht jetzt mit so einem normalen Wischer nicht weggeht, geht natürlich dann mit diesem Dampfbesen super, super weg. Jetzt haben wir hier, liebe Zuschauer, einen richtig kompakten. Der hat einen ganz tollen Dreieckfuß mit einem Kugelgelenk. Das heißt, schauen Sie mal, Dreieck, das heißt, der kommt überall in alle Ecken. Aber der hat ein Kugelgelenk, das heißt, ich kann den auch super rechts und links in die Ecken lenken. Das ist fantastisch. Das ist super. Und damit machen Sie in null Komma nichts Ihre Böden nicht nur sauber, sondern eben auch bakterienfrei und auch diese hartnäckigen Schmutzpartikel gehen weg. Nur durch diesen heißen Dampf. Denn, liebe Zuschauer, auch mit Chemie, mit so Bodenmitteln, ist einem natürlich nicht so geholfen. Wenn dann eben später die Chemie auf dem Boden liegt und vielleicht das Enkelchen oder das Kind auf dem Boden dann krabbelt und dann das nachher in den Mund nimmt, die Hände in den Mund nimmt, da hat man dann halt immer Bedenken. Deshalb, Dampfbesen ist hier die optimale Lösung. Das ist fantastisch. Der ist super handlich. Der liegt super in der Hand. Sie können den super bewegen. Ganz einfach zum Einfüllen. Und innerhalb von 60 Sekunden, liebe Zuschauer, ist der Start klar. Da ist der Start klar in 60 Sekunden. Das heißt, die Temperatur, die Wassertemperatur, die dann diesen tollen Dampf erzeugt, kann bis zu 100 Grad heiß werden. Und damit bekommen Sie die Bakterien weg und natürlich auch jeden Schmutz. Jeden Schmutz. Pass auf, ich mache jetzt hier mal los. Ich putze jetzt hier meinen Boden. Das geht super einfach. Liebe Zuschauer, ich habe eine Hand frei. Das ist halt auch wieder so ein Thema, ne? Wenn man dann irgendwie noch was mit hat. Schauen Sie mal, wie es hier dampft. Sehen Sie das? Wie es hier dampft, hier unten? Das ist genau das, was den Boden reinigt. Und dann haben wir natürlich alle Böden, alle Böden gereinigt, die Sie haben möchten. Liebe Zuschauer, schauen Sie den Dampf. Der Dampf, sehen Sie den, der da unten rauskommt? Der reinigt den Boden nicht nur, sondern entfernt Bakterien und macht alle Böden super, super sauber. Egal welche Böden, liebe Zuschauer. PVC-Boden, Laminat, Stein, Teppich. Und das ist jetzt wieder ein Stichpunkt. Teppichböden oder auch einfach nur Teppiche. Wenn auf dem Teppich ein Fleck ist, wenn auf dem Teppich was runterfällt, was macht man dann? Dann kauft man Teppichschaum und dann sitzt man da unten und reibt und reibt und reibt wieder mit Chemie auf dem Teppich und macht meistens den Fleck noch größer und schlimmer. Dampfbesen, Dampfbesen ist hier die Lösung. Auch auf Teppichböden, liebe Zuschauer, ist das ein optimaler Helfer. Sie werden in null Komma nichts, 100 Grad heißes Dampfwasser, so wie man das so ein bisschen vom Bügeleisen kennt, über eben die Böden oder eben auch über den Teppich gleiten lassen. Und damit bekommen Sie Schmutz raus. Sie bekommen die Bakterien weg. Und das ist natürlich fantastisch. Übrigens, ich habe den ja ausprobiert, auch ohne Putzstreifen oder Rückstände. Das ist auch immer ganz wichtig. Wenn man dann so mit dem Wischer durchgeht, liebe Zuschauer, wenn man dann so wischt und so einen normalen Wischer hat, dann hat man immer diese Streifen. Das kennen Sie. Wenn man dann fertig ist, denkt man, ach gut, Arbeit erledigt, Boden gewischt. Dann geht man weg, dann guckt man zurück und dann sieht man überall diese Streifen. Dann muss man nochmal drüber. Mit einem Dampfbesen haben Sie das nicht und durch diese tolle Dreiecksform kommen Sie perfekt in jede Ecke rein. Egal, wo der Schmutz fest sitzt, egal, wo der Schmutz sich versteckt hat. Der Dampfbesen, der nimmt den Schmutz und der reinigt Ihren Boden, egal welcher Art, optimal. Und jetzt kommt's. Wir sind bei Pearl TV. Sie bekommen den TV-Sonderpreis. 47,41 Euro. Nicht für einen Besen, nicht für einen Wischmopp, für einen Dampfbesen, der optimal alle Ihre Böden reinigen wird. Ich hab's Ihnen gesagt, das ist PVC, Stein, Laminat, Parkett, Fliesen, Badfliesen zum Beispiel auch, Korkboden. Auch das kein Problem. Und sogar Betonboden ist ein Kinderspiel für unseren kompakten Dampfbesen. Der ist richtig stark, der hat 1500 Watt. Also da geht's wirklich jedem Schmutz und jedem Bakterien an den Kragen. Und deshalb, liebe Zuschauer, meinte ich eingangs, ich möchte, dass Sie nicht viel zu tun haben. Ich möchte, dass Sie mehr Freizeit haben. Wir sagen das auch immer wieder in unseren Wellness- und Gesundheitssendungen. Entspannung, mehr Zeit für sich, das ist so wichtig für die Gesundheit. Hausarbeit muss man leider erledigen, aber man kann sich die richtigen Helferchen ins Haus holen, dass das schnell und optimal geht. Oh, jetzt kommt das Video. Schauen Sie mal, wie flexibel Sie hier sind. Sie haben ein Kugelgelenk in diesem Dreieck da unten drin. Und deshalb sind Sie natürlich so super flexibel. Sie kommen da überall ran. Sie können jeden Boden damit reinigen und eben sogar den Teppich. Wir haben einen Mikrofaserüberzug natürlich im Lieferumfang dabei. Das ist natürlich fantastisch, denn gerade Mikrofaser, das kennen Sie auch beim normalen Putzen. Das ist schonend und erledigt dann den Rest. Das ist zusätzlich fixiert. Das können Sie auch abmachen. Das ist zusätzlich fixiert mit so einem ganz tollen Band, das Sie dann verstellen können da unten. Dann sitzt das optimal. Ich komme mal hier runter. Schauen Sie mal und zeige Ihnen das mal. Hier sieht man das ganz toll. Hier ist dieses Band und das kann man dann eben ganz, ganz fest ziehen. Und dann haben Sie das Mikrofasertuch ganz, ganz fest dran. Das Mikrofasertuch können Sie natürlich in die Waschmaschine schmeißen. Das ist ganz klar. Wenn das dann richtig, richtig schön dreckig ist, dann schmeißen Sie das einfach in die Waschmaschine und dann haben Sie damit gar keine Arbeit mehr. Sie können auch, wenn Sie möchten, normale Bodentücher nehmen. Auch das ist kein Problem. Normale Bodentücher drüber. Aber das Mikrofasertuch ist natürlich nochmal so das Tüpfelchen auf dem I. Das nimmt dann nochmal komplett den ganzen Schmutz weg und den hartnäckigen Schmutz, die Bakterien. Das macht unser Dampfbesen. Deshalb, liebe Zuschauer, machen Sie es sich nicht schwer, machen Sie es sich einfach. Bestellen Sie diesen Dampfbesen und Sie werden ihn lieben und egal, welche Flächen Sie haben. Zum Beispiel auch auf meiner Terrasse, da habe ich Fliesen. Kein Problem für den Dampfbesen. Deshalb ganz schnell anrufen und bestellen. Die NC4821 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Und der fantastische Preis anstatt knapp 100 Euro, 47 Euro und 41 Cent. Das ist fantastisch. Und das ist unser TV-Sonderpreis. Deshalb bitte gleich anrufen und bestellen. NC4821 und die 569 für unseren kompakten Dampfbesen mit diesem tollen Dreiecksfuß, mit diesem Kugelgelenk und mit diesem Dampf, der bis zu 100 Grad heiß ist. Und dann den hartnäckigen Schmutz und die Bakterien komplett beseitigt. Schauen Sie, hier ist noch so ein toller Aufsatz dabei. Das ist dann für den Teppich absolut optimal und ein richtig, richtig toller Helfer für Ihren Haushalt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Haushalt erledigen, Zeit sparen. Wie kriegen wir das hin? Liebe Zuschauer, wir sind im 21. Jahrhundert. Es gibt Roboter. Es gibt schon viele, viele Roboter, gerade auch für den Haushalt, die Ihren Haushalt übernehmen. Und ich finde, die Preise, die wir hier anbieten können für Roboter. Das heißt, Sie haben einen einmaligen Preis und dann, was machen Sie? Sie entspannen sich und Sie lassen die Roboter für sich arbeiten. Wir haben einen Staubsauger-Roboter der Extraklasse, liebe Zuschauer. Wir haben hier einen Staubsauger-Roboter, der absolut selbstständig und alleine für Sie arbeitet. Sie haben hier die Möglichkeit, Zeit zurückzugewinnen. Sie können jederzeit diesen Staubsauger-Roboter einfach losfahren lassen. Und der erledigt Ihnen die Arbeit. Das heißt, Sie können einfach einen Kaffee trinken gehen oder sich um was anderes kümmern, vielleicht auch die Wäsche machen und dann einfach diesen tollen Roboter saugen lassen. Und liebe Zuschauer, ich probiere Produkte sehr, sehr gerne selber aus, dass ich dann auch Ihnen alles richtig darüber erzählen kann. Und ich habe meiner Schwester diesen Staubsauger-Roboter gekauft, weil sie immer gemeckert hat. Sie hat gesagt, Staubsaugen findet sie das Schlimmste im Haushalt. Sie hat gesagt, Wäsche waschen, bügeln ist alles okay, aber Staubsaugen findet sie furchtbar. Vielleicht geht es Ihnen genauso. Beim Staubsaugen, egal welche Temperatur es draußen gerade gibt, da schwitzt man. Beim Staubsaugen schwitzt man immer. Machen Sie das nicht, liebe Zuschauer. Hier gibt es einen Staubsauger, der absolut selbstständig für Sie arbeitet. Wir haben hier natürlich einen ganz tollen flachen Staubsauger. Der ist super flach, das heißt, der kommt überall drunter. Der kommt bei Ihnen unters Bett, der kommt bei Ihnen unter den Schrank, der kommt bei Ihnen unters Sofa. Und Sie haben überhaupt keine Arbeit mehr. Weil auch gerade unterm Bett, liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie auch ein Bett, wo man mit dem Staubsauger normalerweise sich so richtig bücken muss und dann unter dem Bett saugen muss. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Das geht in den Rücken. Und das kann, wenn man Rückenprobleme hat, auch richtig, richtig böse enden. Machen Sie das nicht. Es gibt heutzutage schon so tolle Möglichkeiten, dass Sie das überhaupt nicht mehr machen müssen. Und das ist meiner Meinung nach die tollste Möglichkeit. Einen Roboter, der für Sie Staub saugt. Wir haben hier neueste Technik. Das heißt, wir haben hier einen Roboter, der selbstständig arbeitet. Wir haben eine Fernbedienung im Lieferumfang dabei. Wir haben aber auch die Möglichkeit, den direkt hier an diesem Bedienpanel, an diesem tollen Touchscreen hier oben zu bedienen. Das heißt, Sie haben hier überhaupt keine Arbeit mehr. Sie stellen den ein. Sie sagen dem, wann der arbeiten soll. Natürlich haben wir eine Ladestation dabei. Natürlich Akku betrieben. Keine Kabel. Akku betrieben. Und die Ladestation hier, die ist natürlich im Lieferumfang dabei. Und liebe Zuschauer, der geht selbstständig auf die Ladestation zurück. Selbstständig, wenn er fertig ist mit Putzen, läuft er hier drauf zurück und lädt sich wieder von selbst auf. Wir haben hier noch ein Highlight. Ich habe Ihnen gesagt, einmaliger Preis. Sie brauchen keine Staubsaugerbeutel. Denn hier haben wir einen Permanentbeutel bzw. einen Permanentbehälter drin. Hier wird der ganze Staub gesammelt, liebe Zuschauer. Und Sie müssen dann einfach nur den rausmachen, über dem Mülleimer ausleeren, wieder zuklappen, wieder reinmachen. Und dann ist er schon wieder startklar für die nächste Runde. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ich finde das so toll, dass es mittlerweile Roboter gibt, die Staubsaugen. Und das ist ein ganz, ganz intelligenter Roboter. Denn vielleicht denken Sie jetzt, ja okay, wenn der alleine fährt, was mache ich denn aber dann mit meiner Vase? Was mache ich dann mit meinem Tisch? Gar nichts. Den lassen Sie stehen. Weil unser Roboter erkennt Hindernisse, liebe Zuschauer. Der erkennt Hindernisse, der dockt ganz, ganz leicht an. Schauen Sie mal hier vorne, haben wir so einen Mechanismus. Sehen Sie das? Wenn der andockt, ganz leicht und dann dreht er sich um und fährt in die andere Richtung weiter. Das ist so fantastisch. Und das ist so eine tolle Möglichkeit, den arbeiten zu lassen. Der möchte auch keine Gehaltserhöhung, liebe Zuschauer. Der möchte nicht frei. Der arbeitet immer dann, wenn Sie möchten, dass er loslegt. Wir haben hier, ich zeige es Ihnen mal noch von unten. Schauen Sie mal. Wir haben hier nämlich natürlich noch mehr Highlights. Hier unten sehen Sie eine UVC-Lampe. Was ist das? Warum haben wir die? Eine UV-Lampe, liebe Zuschauer, die ist Keimtöten. Das heißt, alle Bakterien und Keime, die bei Ihnen auf dem Boden unterwegs sind, und das sind Sie, das wissen wir, die werden abgetötet durch dieses UV-Licht. Und das ist fantastisch. Dann haben wir in diesem tollen Staubsauger-Roboter elf Sensoren verbaut, die eigenständig den Staub erkennen. Das heißt, absolut selbstständig. Sie setzen den einfach auf den Boden, schalten den ein. Wenn Sie möchten, macht er das selbstständig. Wenn Sie möchten, können Sie ihn aber auch steuern. Oder, wenn Sie möchten, erstellen Sie einen Putzplan. Auch das ist möglich. Sie wissen, bei all unseren Produkten kommt eine ganz, ganz tolle deutsche Anleitung dazu. Da ist nochmal alles drauf erklärt. Wir haben hier diese Bürstchen. Sehen Sie die? Die bewegen sich natürlich, während er saugt. Die holen den ganzen Schmutz rein. Und hier kommt der Schmutz dann rein und wird aufgefangen und bleibt da drin. Liebe Zuschauer, wenn Sie keinen Staubsaugen, wenn Sie keinen Staubsaugen mehr mögen, wenn Sie sagen, nee, Staubsaugen, das ist so verlorene Zeit. Das ist es so ein bisschen. Klar freut man sich danach, wenn es sauber ist. Aber nach drei Tagen, spätestens, ist es wieder genauso. Der Staub liegt wieder da. Wieder Bakterien auf dem Fußboden. Wieder das gleiche Problem. Und deshalb, liebe Zuschauer, gönnen Sie sich das. Gönnen Sie sich diesen tollen Staubsauger-Roboter. Der kostet nur 199,90 Euro. Das ist doch ein Preis. Wenn Sie jetzt mal überlegen, Sie müssen nie wieder Staubsaugen. Ist das doch kein Preis. 199,90 Euro für einen so tollen Staubsauger-Roboter. Schauen Sie mal, da fährt er gerade unter die Couch. Der holt den ganzen Staub rein. Der erkennt den Staub mit elf Sensoren und fängt den ein. Er fährt selbstständig wieder auf seine Ladestation. Sie können verschiedene Reinigungsmodi einstellen. Der saugt und bürstet so viele verschiedene Bodenarten. Der ist beutellos. Sie können hier mit einer Ladung den 90 Minuten saugen lassen. Mit einer Akkuladung. Sie haben die Fernbedienung dabei. Liebe Zuschauer, meiner Meinung nach gibt es nichts Besseres als einen Staubsauger-Roboter. Nie wieder staubsaugen. Und ich würde sagen, der hat Lust zu arbeiten. Wir starten jetzt mal, oder? Ich liebe es, Dreck zu machen. Das mache ich jetzt auch. Wir machen jetzt ein bisschen Dreck für diesen Staubsauger-Roboter, dass der auch ein bisschen was zu tun hat. Und dann, liebe Zuschauer, was machen wir? Wir setzen ihn einfach auf den Boden. Ich setze ihn auf den Boden. Und dann geht es los. Achtung. Einmal anmachen. Und jetzt könnte ich natürlich theoretisch einfach den losschicken. Oder ich kann auch mit der Fernbedienung den steuern. Also das geht beides. Und jetzt schauen Sie mal. Hier geht es los. Selbstständig dreht er sich und sucht mit seinen Sensoren jetzt den Schmutz, die Schmutzpartikel, den Staub. Wenn jetzt ein Hindernis kommt, ich simuliere das jetzt einfach mal, dann dockt er an. Dann, passen Sie auf, Achtung, Hindernis. Zack, weg ist er. Der hat mich nicht mal berührt, liebe Zuschauer. Der hat mich nicht mal berührt. Achtung. Ganz leicht hat er mich jetzt berührt. Dreht sich um, geht in die andere Richtung. Ich simuliere gerade Ihre Möbel, Ihre Vasen, die dann einfach im Weg stehen. Zack, umgedreht, er geht weg. Das ist das 21. Jahrhundert, liebe Zuschauer. Machen Sie sich das Leben einfacher. Kaufen Sie einen Staubsaugerroboter. 199,90 Euro ist ein Wahnsinnspreis für einen Roboter, der Ihren Haushalt erledigt. Der saugt durch, der macht genau das, was er machen soll. Und liebe Zuschauer, das Fantastische ist, Sie haben mehr Freizeit. Sie haben Freizeit, sich zu entspannen. Wenn Sie frei haben, wenn Sie nach Hause kommen, dann brauchen Sie nicht sagen, oh, jetzt muss ich noch durchsaugen. Sie haben den Roboter. NC 57,25 und die 569, 199,90 Euro für nie wieder Staubsaugen. Das ist kein Preis. Rufen Sie jetzt an. 0180, 51,51 und 3x2 mit der NC 57,25 und der 569 kommt der zu Ihnen für unter 200 Euro. Anrufen und bestellen. Hier haben Sie gerade noch einen Sensor gesehen. Der ist auch dabei im Lieferumfang. Den können Sie an die Treppe stellen. Dann passiert da nichts. Dann erkennt er, oh, 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 da kommt eine Treppe, dreht sich wieder um und geht weg. So flexibel mit einem Roboter. Ich finde das so toll. Hausarbeit erledigt von einem Roboter. Liebe Zuschauer, nächstes Thema Hausarbeit. Fenster putzen. Fenster putzen ist nicht schön. Fenster putzen macht nicht Spaß. Ich habe irgendwann mal zu meiner Mama gesagt, ich glaube, ich habe einfach kein Talent fürs Fenster putzen. Meine Mama hat dann gesagt, probiere es mal mit Zeitungspapier. Dann stand ich stundenlang vor meinen Fenstern und habe mit Zeitungspapier diese Fenster gemacht, dass es keine Streifen gab. Weil mit normalen Tüchern oder Küchentüchern hatte ich immer diese Streifen. Dann habe ich es mit Zeitungspapier probiert. Zeitungspapier, tolle Sache. Wahnsinnig aufwendig. Für ein Fenster habe ich 20 Minuten gebraucht. Es gibt einen Roboter, liebe Zuschauer. Auch hier gibt es die Möglichkeit, nie wieder Hand anlegen zu müssen. Denn hier haben Sie einen intelligenten Fensterputzroboter. Und das ist ein Profi-Fensterputzroboter. Der ist ganz neu bei uns im Programm. Und ich bin so happy damit. Ich habe den ausprobiert, liebe Zuschauer. Auch hier wieder wahnsinnige Technik. Wir haben einen viereckigen Fensterputzroboter. Schauen Sie mal. Hier haben Sie auch so ganz, ganz tolle Mikrofasertücher drunter. Die können Sie jederzeit natürlich abnehmen und auch wieder waschen. Die sind auch hier total flexibel. Viele, viele im Lieferumfang enthalten. Und da ist jetzt wieder das Gleiche. Sie bekommen Ihre Zeit zurück. Die kostbare Zeit, die Freizeit. Die Zeit, die Sie entspannen sollen und sich selbst gönnen sollen. Sie sollen sich entspannen. Sie sollen sich ausruhen. Sie sollen Kaffee trinken gehen. Sie sollen Eis essen gehen im Sommer. Aber nicht zu Hause Hausarbeit machen. Sie haben einen einmaligen Preis. Bei unserem Staubsaugerroboter und bei unserem Fensterputzroboter. Und dann machen die die Arbeit für Sie. Wir haben hier einen Fensterputzroboter, der normalerweise knapp 600 Euro kostet. Sie bekommen den jetzt zum TV-Sonderpreis. Für 284,91 Euro. Jetzt überlegen Sie mal. Meine Mami, die hat auch, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren entschieden, dass sie keine Fenster mehr putzen möchte. Dann hat sie zu mir gesagt, sie gönnt sich jetzt einmal im Jahr eine professionelle Fensterreinigung. Da ruft sie dann an. Dann kommen die zu uns nach Hause, putzen einen Tag lang all unsere Fenster. Und wir haben viele Fenster zu Hause in meinem Elternhaus. Wir haben einen Wintergarten. Wir haben eine große Fensterfront. Da sind richtig, richtig viele Fenster. Dann kommen die und reinigen einmal komplett alle Fenster für 250 Euro. Einmal. Einmal 250 Euro. Wenn Sie jetzt diesen intelligenten Profi-Fensterputzroboter bestellen, für 284,91 Euro, haben Sie einmal diesen Betrag bezahlt und Sie werden nie wieder Fenster putzen müssen. Und es geht so einfach. Ich würde behaupten, man braucht keine Gebrauchsanweisung, es ist aber natürlich eine dabei. Sie schalten einfach diesen Fensterputzroboter an. Das geht ganz einfach. Hier unten 01, den schalten Sie ein. Und dann saugt der sich an, liebe Zuschauer. Der saugt sich an auf dem Untergrund. Warum sage ich Untergrund und nicht Fenster, liebe Zuschauer? Weil der haftet auch zum Beispiel auf Fliesen. Bartfliesen. Oh mein Gott, Bartfliesen putzen ist auch so ein Thema. Jede einzelne Fliese mit der Hand schrubben. Das dauert auch zwei, drei Stunden, je nachdem, wie viele Fliesen Sie haben. Auch das ist kein Problem für unseren intelligenten Profi-Fensterputzroboter. Schauen Sie, hier sehen Sie es. Auf den Fliesen aufgesetzt, der saugt sich an mit Unterdruck. Und dann, auch hier, selbstständig fährt der dann an Ihren Fliesen entlang oder eben an Ihren Fenstern. Wir haben hier wirklich die neueste Technik. Und diese Drucksensoren reagieren auf unebenen Untergründen. Das heißt, der Luftdruck passt sich an. Egal ob auf Kacheln oder auch strukturiertes Glas. Vielleicht haben Sie zum Beispiel so eine Dusche, so eine Glasdusche mit strukturiertem Glas. Das ist kein Problem. Beschichtete Fenster, kein Problem. All das macht der. Und natürlich hat auch unser Fensterputzroboter Lasersensoren, der Hindernisse erkennt. Das heißt, wenn zum Beispiel die Duschkabine oben aufhört, kein Problem. Das erkennt der und rutscht dann wieder runter und macht unten weiter. Sie sind hier so flexibel. Sie sind hier so mit vorne dabei. Keine Hausarbeit mehr. Roboter erlegen das Geschäft. Die Tücher können Sie natürlich jederzeit abmachen und waschen. Das geht auch ganz einfach. Mit Klettverschluss ist das geregelt. Hier sehen Sie diese tollen Rollen, auf der Ihr Fensterputzroboter dann fährt. Über Ihre Kacheln, über Ihre Fliesen, über Ihre Fenster. Und natürlich haben wir intelligente Autoprogramme. Das heißt, der macht alles alleine und selbstständig. Wir haben noch ein Sicherheitsseil dabei. Liebe Zuschauer, der hat natürlich auch einen Notstrom. Notstrom, das heißt, wenn der Strom mal ausgehen sollte, dann hält er sich fest. Aber gerade bei so Dachschrägen, bei so Dachfenstern oder wenn es dann ganz in die Höhe geht, würde ich ihn lieber absichern. Das wird Ihr bester Freund, den möchten Sie sichern. Glauben Sie mir. Jemand, der immer für Sie die Fenster putzt. Und meine Mami, die hat gesagt, einmal im Jahr gönnt sie sich das, dass eine Firma kommt und die Fenster putzt. Und ich finde, einmal sollte man sich so einen Fensterputzroboter gönnen und dann hat man nie wieder die Arbeit mit diesen lästigen, dreckigen Fenstern. Jedes Mal, wenn die Sonne durchstrahlt und man sieht, oh oh, das sieht schon wieder nicht so gut aus. Da muss man wieder ran. Dann müsste man theoretisch jetzt wieder einen Putzeimer holen oder Zeitungspapier oder Glasreiniger oder was auch immer und müsste rangehen und stundenlang Fenster putzen. Sie können natürlich auch hier ganz leicht Wasser oder ein bisschen Glasreiniger drauf machen. Gar kein Problem. Wenn Sie so starke Verschmutzungen haben, würde ich Ihnen das auch empfehlen. So nebelfeucht, diese tollen Pads befeuchten oder eben ein bisschen Glasreiniger drauf und dann ansetzen ans Fenster. Dann saugt er sich an und dann putzt er los. Das ist fantastisch, liebe Zuschauer. Ich mache es jetzt mal hier auf dem Tisch. Auch hier haben wir eine glatte Oberfläche natürlich. Wenn Sie es, der saugt sich jetzt an und dann hat er sich angesaugt und dann geht es los mit dem Waschen, mit dem Putzen, mit dem Fensterreinigen. Ich finde, es ist eine optimale Lösung. Auch hier haben Sie natürlich die Möglichkeit, diesen manuell zu steuern. Wir haben ja hier eine Fernbedienung dabei. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie den einfach automatisch laufen lassen. Dass Sie einfach sagen, der soll machen, was er möchte. Der soll jetzt einfach mal loslegen. Und dann haben Sie keine Hausarbeit. Sie haben kein Staubsaugen mehr, weil Sie haben gerade bestimmt den Staubsaugerroboter bestellt. Guter Tipp von mir. Oder nie wieder Fenster putzen, weil Sie haben jetzt Ihren neuen Fensterputzroboter. Das ist fantastisch, liebe Zuschauer. Das sollten Sie sich gönnen. Ein einziges Mal diesen Betrag bezahlen und dann nie wieder Fenster putzen. NC 3909 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Ganz neu bei uns im Programm. Anstatt knapp 600 Euro für 284,91 Euro. 3 Mikrofaserpads sind dabei zum Reinigen und natürlich auch Polieren. Der reinigt erst, dann können Sie das Pad wechseln, dann poliert er Ihre Fenster. Wir haben hier eine ganz, ganz tolle Technologie. Die heißt Alt-Technologie und die berechnet automatisch den Putzweg. Das heißt, der macht ganz selbstständig Ihre Fliesen, Ihre Fenster sauber. Und wenn er fertig ist, dann hören Sie ein Signal. Dann können Sie ihn abnehmen und auf das nächste Fenster draufsetzen. Eine fantastische, fantastische Gelegenheit, liebe Zuschauer. Jetzt zuzuschlagen und zu sagen, Hausarbeit mache ich nicht mehr. Ich gönne mir das jetzt. Oder, liebe Herren, wenn Sie zuschauen, gönnen Sie das Ihrer Frau. Bestellen Sie für Ihre Frau, wenn Sie wissen, die hat immer so viel Arbeit mit dem Fensterputzen oder dem Staubsaugen. Dann ist das natürlich ein optimales Geschenk. Denn damit schenken Sie nicht nur einen Fensterputzroboter. Damit schenken Sie Zeit zurück, damit schenken Sie private Zeit, Entspannung an Ihre Frau oder eben an sich selbst zurück. Deshalb ganz schnell anrufen und bestellen. NC 3909 und die 569. Sie sparen 53 Prozent, wenn Sie jetzt bestellen zum TV-Sonderpreis. 284,91 Euro für unseren intelligenten Profi-Fensterputzroboter. Nie wieder Fensterputzen. Das ist doch ein Angebot, oder? Anrufen 0180 51 51 und 3 mal die 2. Die Bestellnummer sagen die NC 3909 und die 569. Und dann kommt er schon in zwei bis drei Tagen zu Ihnen. Können Sie ihn gleich ansetzen. Und dann wird es wieder richtig schön sauber bei Ihnen zu Hause. Ganz viel Spaß dabei. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter hier bei uns im Live-Programm. Vielen Dank.